Wunderschönen guten Morgen! Was sagt denn der Wahrsager heute? Ah, ich fühle, dass ein neuer Zuschauer hinzugekommen ist. Eine junge Dame aus dem Sternentau-Tal. Willkommen, willkommen! Die Geister fühlen sich heute neutralgesinnt. Der Tag liegt in deinen Händen. Okay, danke! Robin hier, ich weiß, dass deine Menge Steine auf deinem Hof herumliegen. Wenn du welche übrig hast, könntest du dir überlegen, ob ich dir nicht vielleicht einen Brunnen bauen soll. Brunnen kannst du überall auf dem Hof platzieren. Und sie sind sehr praktisch, um deine Gießkanne schnell wieder aufzufüllen. Schau einfach bei meinem Laden mit 75 Steinen und 1000 G vorbei, wenn du bereit bist. Okay. Tulpen! Ach so, ist voll. Boah, die geben halt alle Energie. Warte mal. Nee, die Quest ist tatsächlich weg. Okay, weißt du was? Die normalen verkaufe ich jetzt mal. So. Das heißt, die sind auch fertig, die Kartoffeln. Das brauchen wir wieder Kartoffelsamen. Da hauen wir auch die normalen weg. Kartoffeln und Tulpen. Okay, bevor ich hier noch irgendwas anderes... Also, bevor ich Gießen gehe... Also, der macht ja erst um neun auf. Die Bastinake verkaufe ich auch. Kann ich mir mit denen jetzt nicht sogar schon zusammen herstellen? Ah, da brauche ich einen Lübenzahn noch dazu. Okay. Da könnte ich auch zwei verkaufen. Dadurch, dass wir eh das Geld brauchen, verkaufen wir es. Die Samen können wir auch anpflanzen. Die möchte ich gleich verarbeiten. Ah, da geht immer nur 1,1 rein. Okay. Dann würde ich mir heute auch noch anschauen... ...einen Kohlebrenner oder so. Haben wir ja mittlerweile auch schon. Ich sehe nicht, wann der auch... 9 bis 15 Uhr. Okay. Gut, dann machen wir zuerst das hier. Oh, die sind schon fertig. Das geht aber schnell. So, dann einmal auffüllen. Gluck, gluck. Ne, soll es schon ein bisschen weitergehen auch, dass wir da wirklich schön alles erwischen. So, dann haben wir hier noch. Hier könnte man ja schon mal einen Samen reinhauen. Eiger, das Eier festet heute. Ja, wir gehen gleich. Wir gehen gleich. Wir gehen gleich. Ist das jetzt eine Quest geworden? Ne, okay. So, das heißt, dann haben wir das noch rein. Und wir gehen. Aber jetzt schaue ich noch Lübenzahn technisch, ob wir da noch einen finden. Da hinten haben wir auch noch so eine Blume. Die können wir nämlich auch ein bisschen verschenken. Ein Rasenflamingo, eine Deko, Erdbeersaat. Und im Frühling wächst in acht Tagen. Wir haben, es zahlt sich fast nicht mehr aus. Saisonpflanze, eine Zierpflanze, die sich jede Saison ändert. Sie benötigt kein Wasser. Ja, das ist eine Zierpflanze. Das heißt, die bringt mir nichts. Ich würde gerne mal jeweils eine mitnehmen. Ich weiß, wir haben dann kein Geld. Aber das sehe ich nicht. Dadurch, dass wir jetzt schon einen 15. oder so haben, das zahlt sich fast nicht aus. Und da weiß ich nicht, ob wir die dann ernten können eventuell. Unsere Händen mussten Überstunden machen, um dieses Fest vorzubereiten. Sie verdienen nur das Beste heute Abend. Eine Runde saftigen, goldenen Mais. Gibt es irgendwo noch mehr zu essen? Ich hoffe, alles schmeckt, das Essen. Ich habe tagelang gekocht, um alles vorzubereiten. Spiegeleier, hartgekochte Eier, gefüllte Eier, Rührei, Schokoladeneier und so weiter. Ich habe den Punsch etwas aufgebessert. Eier, schon etwas merkwürdig, sowas zu essen. Der Frühling ist eine sehr geschäftige Zeit. Es geht nichts über einen freien Tag, um mit Freunden zu plaudern. Ebbe liebt die Eiersuche schon von klein auf. Teilweise verstecke ich die Eier zu gut und keine findet sie. Naja, bis der Sommer dann kommt, dann heißen. Die heißen Temperaturen bringen schließlich den fauligen Geruch an den Tag. Selbst mit einem Beinproblem verpasse ich nie ein Stadtfest. Eier gehören definitiv zu einer gut ausbalancierten Ernährung. Nee, ich will noch nicht anfangen für die Eiersuche. Willkommen beim Eierfest, dank meiner wundervollen Henne. Vincent liebt dieses Fest. Es ist schön, ihn so glücklich zu sehen. Ich wünsche dir einen Tagesanbruchwache und färbe Eier. Mein absoluter Lieblingsteil dieser Jahreszeit. Mh, dieser Früchtepunsch ist ungewöhnlich gut. Gelegentliche Pausen bei der Arbeit können auf lange Sicht die Produktivität steigern. Worüber sind alle so glücklich? Eier? Warum Eier? Dieses Fest war schon immer Tradition. Tradition verbindet uns mit unserer Vergangenheit und der Zukunft. Ein angenehmes Gefühl. Hoffentlich kann ich ja ein paar Eier finden, bevor Vincent sie alle schnappt. Wann beginnt die Eiersuche? Ich bin so aufgeregt. Die Kinder freuen sich schon seit Wochen auf dieses Fest. Ich freue mich immer auf diese Zusammenkünfte. Dadurch entsteht ein richtiges Gemeinschaftsgefühl im Tal. So, jetzt frage ich mich, wann habe ich ihn noch nicht? Oh, meine Naseallergien. Nach Eiern zu suchen ist fast wie eine Schatzsuche. Es gab mal ein Eierwettwerfen mit faulen Eiern. Bürgermeister Levis hat ihm schnell ein Ende gesetzt. Das glaube ich. Ich versuche jeden Tag mindestens drei Eier zu essen. Dieses Fest ist ganz nett, aber auf was ich mich wirklich freue, ist der Blumentan. Okay, jetzt ist meine Frage. Darf ich trotzdem raus hier? Nee, da ist zu, gell? Darf ich nicht? Ah, okay. Ich sehe das aber so nicht bei der Sammlung, ob das schon im Invent, äh, Artefakte Mineralien. Naja, wenn da sechs Stück sind, ist da bestimmt schon eins drinnen im Museum. Ah, da komme ich nicht durch. Oh. Kann ich jetzt in den Laden einkaufen? Auch nicht. Ich würde Tulpen brauchen und eventuell Kartoffeln. Näher zu. Ja, wir haben mit alle gesprochen. Ja, jetzt weiß ich nicht. Wollen wir direkt mit dem Fest beginnen? Wir schauen es uns mal an. Wir schauen mal. So, hi. Ja, lass uns anfangen. Es ist Zeit für das Highlight der heutigen Festivität. Die jährliche Frühlingseiersuche. Ganz ruhig, Kinder, ihr braucht eure Energie noch, wenn ihr die meisten Eier finden und den Preis abstauben wollt. Und dann, sind alle bereit? Lasse die Eiersuche beginnen. Ich weiß ja nicht mal, wie die Eier aussehen. Ah, hier hinten vielleicht. Eins. Ich bin an einem vorbeigelaufen. Komme ich da... Ich komme da nicht vorbei. So. Jetzt schnappt er mir das da unten weg. Ach, nicht mal. Acht Eier. Das war's. Oh nein, da hinten liegt noch eines. Da liegt auch noch eines. Ich war zu langsam. Wow, schaut euch all die Eier an. Wenn ich euch Kinder dazu kriegen könnte, Müll so effizient aufzusammeln, hätten wir die sauberste Stadt. Die Salz des Edelsteinsees. Hehehe. Und jetzt der Gewinner der diesjährigen Eiersuche. Ari. Hier ist dein Preis. Viel Spaß. Ein Strohhut. Cool. Ah, nun, das war das Eierfest für dieses Jahr. Danke, dass ihr dabei wart. Bitte lass es aber jetzt nicht ultra spät sein. Nee, es ist 22 Uhr. Nein. Bringt mir der Strohhut irgendetwas? Warte mal. Lüftung und kühle. Die Freude eines jeden Bauern. Oh, cool. Den behalte ich jetzt an. So, das heißt... Den kann ich einfach irgendwo hin platzieren. Okay, warte, dann würde ich einen gerne hier hinpacken. Und einen erstmal dahin. Ich weiß aber nicht, ob das irgendwas bringt. So, dann hauen wir noch... So, dann hauen wir noch... Achso, warte. Einen Kohleofen. Brauche ich zwei Kupferband und Holz. Zwei Kupferband und Holz. Also, dann brauche ich... Das und das kann ich da lassen. Und das. Ah. Ich nehme noch meine Fackeln mit. Ich habe keine Fackeln mehr. Was brauche ich für die Herstellung? Holz und Harz. Harz kann ich wieder reingeben. Okay. So, dann hauen wir nieder hier die Bäume. Warte. Machen wir es so. Ah, das ist ein kleiner. Da komme ich nicht vorbei. Da ist nichts. Verdammt. So, jetzt schaue ich mal. Was könnte ich denn jetzt herstellen? Ne, weil ich 20 Holz brauche. Ich habe gerade mal 19. So, den möchte ich jetzt noch schnell hin platzieren. Einen Kohlebrennofen. Und dann muss ich wahrscheinlich Holz reingeben. Und dann muss ich wahrscheinlich Holz reingeben. Um Kohle zu kriegen. Okay, ich probiere. Zehn Stück. Okay. Naja, gut. Dann haben wir das heute abgeschlossen. Die Eiersuche und alles. Ehe, die Katze schläft. Auf unserem Bett. Okay. Dann sage ich Dankeschön. Gute Nacht und bis morgen. Tschüss. king. Bis zum nächsten Mal.